Hey Leute, ich bin Basti von MidiHalf und vom Kanal Worldtech. Ja, heute zeige ich euch mal für alle Minecraft-Fans ein Programm bzw. Cheats für Minecraft. Also aufgepasst! Ja, alle Leute die Minecraft kennen wissen, dass es schwierig ist, wenn man immer rausgeht und dann Holz sucht oder sonstige Teile Gold zum Beispiel, da es nicht leicht zu finden ist. Aber das hat sich jetzt geändert. Unten in der Beschreibung könnt ihr ein Programm dann lauten, das heißt LoL Editor. Mit LoL Editor funktioniert das ganz einfach. Pass auf! Ich öffne das Programm. Dann geht ihr auf eure Welt. Ich nehme jetzt mal meine Welt. Worldtech. Dann auf Inventor. Das ist jetzt alles was du hast. Ja, und hier unten kannst du alles nach oben schieben. wenn du noch Platz hast. Alles mögliche was es gibt in diesem Spiel. Bekleidung. Angel, Kompass, alles. Alles mögliche. Schwerter. Und so weit und so fort. Ich ziehe jetzt mal ein Glas Milch hier rein. Merkt euch das. Ein Glas Milch. Und hier habe ich nur 57 Sun Steine. Und ihr könnt reparieren. Wie die Achse zum Beispiel. Und alles voll machen. Alles voll. Das heißt überall 64. Außer bei Bett und sowas. Ja, und dann gibt es noch Positionen. Was braucht man jetzt eigentlich. Main. Du kannst Dimension in der Hölle oder in der Realität machen. Nehmen wir mal Realität. Dann Gesundheit. Voll. Und dann Feuer, Hölle, Heel. Keine Ahnung. Ja. Und dann wenn ihr das alles habt. Drückt ihr einmal auf Save World. Dann geht ihr weg. Das brauche ich jetzt nicht. Dann geht ihr auf Minecraft meine ich. Dann auf Single Player. Dann auf World Tech. Und hier sieht man jetzt schon. Das Glas Milch unten im Balken. Also. Ganz einfach. Und. Das war's jetzt wieder. Von Medi iPhone vom Kanal World Tech. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Sag ich jetzt mal Tschüss. Und. Wir sehen uns. Vielen Dank.